Du bist frisch nach Würzburg gezogen und suchst nach einer nachhaltigen Variante deine Wohnung einzurichten? Dann haben wir was für dich! Brauchbar bietet nicht nur eine günstige Einkaufsmöglichkeit für jedermann, sondern sorgt zugleich für Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose und schafft eigene Arbeitsplätze. Gleichzeitig wird durch ihr nachhaltiges Konzept die Umwelt geschont. Um den Arbeitslosen die Wiedereingliederung in den freien Arbeitsmarkt zu erleichtern, werden sie im Lager, im Verkauf, bei der Sortierung oder Elektroprüfung eingesetzt und eigene Arbeitsplätze geschaffen, die auf die Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiter abgestimmt sind. Dabei werden sie sozialpädagogisch begleitet. Die Umwelt wird insofern geschont, als dass weiterverwendbare Waren erneut angeboten werden und so der Produktlebenszyklus verlängert wird. Es wird also einfach weniger weggeschmissen. Das Ganze läuft auf Spendenbasis. Wer also mal wieder seinen überfüllten Kleiderschrank ausmistet oder das eingestaubte Bücherregal aussortiert, ist mit seinen Spenden bei Brauchbar immer herzlich willkommen. Spenden in Form von Waren oder Geld sind nicht nur gerne gesehen, sondern auch tatsächlich notwendig, denn nur durch diese ist es der Organisation möglich, die Ware günstig weiter zu verkaufen und durch den Erlös neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wenn du also jetzt schon hektisch durch dein Zuhause läufst und dich fragst, was und wo du deine Sachen spenden kannst, bist du bei Brauchbar an der richtigen Adresse. Spenden kannst du nämlich prinzipiell alles rund um den Haushalt, solange es noch brauchbar ist und das in jeder Filiale. Aufgeteilt auf insgesamt fünf Kaufhäuser ist die Organisation in Würzburg und Umgebung gut aufgestellt. Die Pfundgrube ist die größte Filiale und liegt in Lengfeld. Von Kleidung über Haushaltswaren bis hin zu Möbeln ist für jeden was dabei. Im Antiquariat kommt nicht nur der Bücherwurm auf seine Kosten, es lässt wohl auch das ein oder andere Sammlerherz höher schlagen, denn hier findet man ein großes Angebot an Schallplatten, Noten, CDs und DVDs und vielem mehr. Durch niedrige Preise ermöglicht Brauchbar auch einkommensschwächeren Haushalten von dem gesamten Sortiment zu profitieren. Für uns sind die Mitarbeiter der Brauchbar GmbH definitiv Helden der Nachhaltigkeit. Nicht nur im ökologischen, sondern insbesondere im sozialen Sinne. Deshalb lasst uns gemeinsam mehr spenden und weniger wegwerfen oder auch mal etwas wiederverwenden. Lasst uns mehr auf unsere Umwelt und aufeinander achten und letztendlich auch Helden der Nachhaltigkeit werden.